Mit Beyblade Burst kommt es zu spannenden Wettkämpfen in der Bey-Stadium-Arena. Zwei Spieler bringen hierbei ihre Kreisel mit Hilfe eines Starters zum Rotieren. Ziel ist es, den jeweils gegnerischen Kreisel zum Explodieren zu bringen. Der Gewinner erhält zwei Punkte. Die Kreisel bestehen aus drei Einzelteilen, die individuell zusammengesetzt werden können. Zur Auswahl stehen Teile aus vier verschiedenen Kampfkategorien, die immer wieder neue Strategien ermöglichen. Und jetzt eine ganz besondere Neuheit. Die Oberfläche der Kreisel lässt sich scannen und mit der neuen Beyblade Burst App verbinden. Diese ermöglicht die Kreisel virtuell zusammenzusetzen und zeigt die Stärke des neu kreierten Kreisels. Danach muss dieser nur noch nachgebaut und der Kampf fortgeführt werden. Der Spieler, der zuerst drei Punkte erzielt, ist Gewinner des Beyblade-Wettkampfs. Die Beyblade-Kreisel sollten nur in der Bey-Stadium-Arena eingesetzt werden. Kreisel und Arena sind separat erhältlich. Kreisel und Arena sind separat erhältlich. Die Kreisel-Wettkampfs 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 Vielen Dank.